Die griechische Regierung will den Zivilschutz infolge der schweren Brände im Land vollständig umorganisieren. Der Aufbauplan, auch für die Aufforstung, die nach neuesten Erkenntnissen erfolgen soll, werde direkt dem Ministerpräsident Mitsotakis unterstellt. Den schnellen Wiederaufbauplan verbrannter Wohnhäuser und Industriegebäude sowie die Hilfe für andere Brandschäden bei den Bürgern und Bürgerinnen will Athen mit einem Sonderbudget von 500 Millionen Euro bewältigen. Die Hilfe für die Menschen soll unbürokratisch über eine Online-Plattform erfolgen. Bereits am Montagmorgen war im Norden Athens mit der Feststellung der Schäden begonnen worden. In den vergangenen Tagen sei in dem ganzen Land 586 Feuer ausgebrochen, Mitsotakis bat es bei den Bürgern und Bürgerinnen um Entschuldigung für alle Schwachstellen, die die Brandbekämpfung möglicherweise aufgewiesen habe. Man dürfe jetzt nicht planlos agieren, stellt er gleichzeitig klar, Löschwugzeuge könnten die Brände unter bestimmten schweren Bedingungen nicht anfliegen. Das Klima wolle er nicht als Entschuldigung für den Verlauf der Brände nehmen. Es sei aber sehr wohl der Grund für die schweren Brände. Es ist offensichtlich, dass die Klimakrise an der Tür des Planeten klopft. Das ist ein Grund, aber keine Entschuldigung oder auch kein Alibi. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, wir haben alles Menschenmögliche getan, aber in vielen Fällen schien dies im ungleichen Kampf mit der Natur nicht auszureichen. Und ich sage es, dass das nicht so ist, in der Änderung des Machen mit der Natur. Vielen Dank.